so haben wir hier drin ja auch leere gläser ja von draußen oder was ist der durst der dud woher verzeihung kommt er denn ich habe gerade gehört ja das bleibt halt nicht aus wenn man prominent ist ja ja halt gut so drei müssen 34 kommen dort ok sind durch fünf sind ja ist und fünf ich gehe mal aus ja 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 von beiden von allen seiten so da rechts oder was die sind von außen durch die wand walter ich treffe nichts mehr jetzt aber wir brauchen noch ein paar level ne alter hinter dir ich habe es gerade noch gehört hier ich war dass wir es noch nicht abgeändert haben, dass die N range haben ohne N und du triffst die einfach nicht. Ja, ja, mit ihrer Teleskoparme, ja. So. Unsere Pfeile, die hier rumliegen. Ja. Hier ist aber immer noch ein Zorn. Wie hörst du das? Moment nicht, nee. Ah, wo kommt die denn auf einmal her? Hm. Da ist aber noch mehr. Links ist noch mehr. Hörst du das? Hinter der Tür, oder was? Nee, da, da kommt sie raus. Wo kommen die denn denn? Da war ich doch gerade drinnen in den Raum. Da war nichts. Ja, aber da ist noch mehr. Hinter uns auch noch. Ey, den Raum hab ich gelootet. Äh, die kam von außen. Von außen. Da ist ein Loch in der Wand. Okay. Da kommt jetzt wieder einer. Ein Schlipsträger. Ein Bar nicht ins. Okay. Draußen ist noch ein Kriecher. Der will auch rein. Kommt auch mit der Gesamtsituation gerade nicht klar. Ich hab ein Rezept gelernt. Das ist gut. Kann ich nicht lernen. Dieses Tiger Group Filled Auto. Den kann ich gar nicht lernen. Na, ist das ein Magazin? Mann, hör mal auf darum zu eiern. Da steht zwar lesend, aber ich kann es nicht leeren. Hast du die Küche hier schon gelootet? Ja, noch nicht alles. Ich hab irgendwas bekommen gerade. Ja. Leere Dosen, weißt du? Das können sie. Was egal, leeren Dosen hier finde. Der Knaller. Brauchen wir eigentlich viel Papier? Eigentlich gar nicht. Also, ich hab's bisher noch nie gebraucht. Dann kommen wir auch mal weg hier. So. Das zerlegen wir mal. Ich höre schon wieder was. So, dann gucke ich mal meine Gesamtsituation hier an. 93, 91. Das geht noch. Die kann man nicht mitnehmen. Okay. Irgendwas? Nee. Das hast du nicht gelootet. Hab ich was vergessen, ja. Ja, den Herd. Mea Culpa. So, was hab ich denn hier alles? Das, das, das Seeds ist alles Schwachsinn. Was ist das? Die Black. Was macht das? Äh, applies the internal attacks and mods, so we get a normal damage bonus. Geil! Damage bonus. Will ich haben. Modify. Die Black. Geil. So, mein Bogen macht jetzt mehr Schaden. Wo bist du denn hier so? Draußen. Öffenspielplatz. Öffenspielplatz. Wir haben aber, wo ich hingehöre. Ja. Oh, guck mal da, wer da sitzt. Wer sitzt denn da? So aufgeregt. Ah, da schläft auch noch jemand. Alter. Geil, 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 Geil. Komm, 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 komm. Wo ist er denn hin? Treffen nicht. Treffen nicht. Ach, ich muss aber nachladen. Dick Idiot. Oh, du bist ja schon wieder runtergekloppt. Ach, jetzt hat er uns auch gehört hier. Oder sie. Ja, guck mal da. Macht sie Alarm, ja. Und du? Hä? So. Hier draußen ist gleich wer übelst heiß, ja? Aber mein, äh, Todesmalus ist weg. Meins auch. Sehr gut. Was ist denn da? Ich geh mal rum. Ich geh mal fragen, ja? Ja, aber wir sind da drin auf einmal schon der Zombie. Warum ist hinter mir jemand? Ist ja gar nicht. Was? Vorsicht. Ach, da oben. Hallo. So, sie ist tot. Du kommst klar. Ja, du kommst klar, sehe ich gerade. Ist hier drin schon wieder jemand? Ja. Wer wurde? Ach da, ein Kriecher. So, das war der. Alter, ich brauche Pfeile. Habe ich noch Material? Ich habe ein bisschen Holz. Ich habe eine Handvoll Steine. Dolle ist nicht, aber was soll ich machen, ne? Rezepte, Steinpfeil und fertigen. So. Jut. Ach, da geht's ja schon mal. Na ja, der kommt vom Nachbarhaus, aber. Na bitte. La 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 la. Nö, nix. Öl. Öl und Schimmelje Pizza. Voll ungeil. Warte, ich helfe dir. So machen wir das. Ganz früher, da musstest du die Türen in zwei Hälften kaputt machen. Haben wir erstmal die untere Hälfte kaputt gemacht der Tür und konnten dann in die Hocke gehen und konnten dann in der Hocke durch die Tür durch. Das geht so in der Form nicht mehr, ne? Ne. So, jetzt hat er Durst, der Dud. So. Kurz mal hier außen checken, ob der Lärm jemanden angezogen hat. Und dann hinein. Rein ins kühle Haus. Das ist eine Scheiße, ey. Wir sind so doof, wirst du? Boah, Lex. Boah, Alter, die Maus gerade. Voll abgehauen. Boah. Boah, 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 boah. Was machst du denn da? Boah, da ist richtig was los. Komm raus, 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 raus. Hubert. Wir treffen uns draußen. Hallo? Da kommt er. Da kommt er. Boah. Ähm, hallo? Hier bin ich. So, machen wir das da, wo ich herkomme. Arschloch. Da kommt auch noch eine Krankenschwester. Im Land Brandenburg. Naja, da war nicht nur eine Krankenschwester, da kam noch mehr. Hallo, Lady. Hast du sie? Nee, kommt noch mal, ne? Ja, da ist sie. So. Hm. Na, gleich kaputt. Okay. Ähm. Hier klappt da irgendwo jemand. Über uns, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Bist du hoch? Ja, aber hier ist noch mal eine Sicherung. Dann. Äh, äh. Ruckel. Alter, die sind aber gleich durch, glaube ich. Mal mal hier klopfen, so. Da, da liegt jemand, glaube ich. Ja, kümmere uns gleich drum. Ach, guck mal, hier können wir ausspringen. Ist schon mal gut. Wow, 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 hier ist wieder einer auf der Terrasse. Ja, bin da. Guck nur ab und zu mal nach hinten. Ist der erledigt? Jo. So, warte mal, kommen wir da rüber nachher, gleich, wenn, wenn es übel wird? Ja, alles da. Fluchtweg. Ich hab immer noch eine heiße Sonne. Ja, ich auch. Und Durst. Trink mal einen Schluck. Jo, trinken hilft ein bisschen. Da läuft jemand. Okay. Bin da. Hat er da. Äh, sie da. Mann, das hier kreische hier aller Orten. Huch. Alter. Jetzt bricht die Framerate aber richtig ein gerade. Ja. Wo klopft er denn? Mega. So, da hast du alles durchgelootet. Ich bin gerade noch dabei. Okay, das ist nix. Pass ja gerade noch mit den Zombies mit auf. Ja, ja, ich bin da. Bin da, bin da. Ich pass auf. Oh, hier die Küche ist durchgelootet. Alles klar. Was da willst du rein? Huch. Erschreck mich doch nicht so. Bist da jemand? Nö. Ach so. Oh, weil ich, äh, huch hinter hier. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Pabal, pbabal, pabla, pabla. Ach der Hubert. Ja. Huch. Mach dich nicht die Trockenrolle? Nein, das war klar. So. Da hinten kommen die nächsten. so ein schmerzmittel nimmt er leider kein wenig suchen oder die die painkiller bringen dir leben wie viele punkte habe ich in vier das sehr gut dann kann ich mich hier noch mal rein so und dann kann ich nämlich hier noch mal rein sehr geil wie habe ich jetzt fast voll mir fehlen noch sechs kästchen dann ist mein inventar freigeschaltet komplett dann oder was ja mir fehlen die untersten zwei rein naja ich habe auch schon ordentlich was reingepackt so reparieren sehr gut feile sieht langsam eng aus nach papier was kommt denn da so rum hallo jemand zu hause ich kann ja was abgeben ich habe noch fünf so hier ist leer niemand zu hause was hier ist weiß ich nicht auch ist ja schon wieder am tag ist ja schon wieder 8 uhr das ist gut können wir ja ein kartoffel kartoffelernte dings bist schon mal hier die leder coach leder brauchen wir immer das gammelige fleisch mache jetzt mal weg ja da muss man gut überlegen so ja ich habe noch luft also ich habe noch platz federn habe ich keine mehr bild hast du da links hoch genau über nix ist da irgendwas sind was nur noch ein raum das hast du schon eine toilette eine toilette direkt neben der küche ja das ist für da roma ja so wohnhäuser bringen halt nicht so viel oder nicht schläft da jemand guten morgen ja also mit drei schuss und somit weggenommen ist schon geil da ist eine terrasse okay eine terrasse was ist hier essen boah leckt das jetzt so oder komme ich auch noch nicht voran äh hallo 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 ist der bei dir ne der ist bei mir ok keine ahnung wo ist aber er ist irgendwo ja und hier hinter dir krankenschwester auch mit zwei schuss geil also diese schwarze farbe hat gut geholfen kochtöpfe haben wir ja genug zu hauen ja ganz zerlegen er hat wieder drei stück dabei gab es ja da kommt ja schon der englische patient man gut das wart hier ist auch nur irgendwo hin hier schon wieder kochtöpfe drin ja klar sobald du einen hast weißt du findest du alle was ne so diese verdammte irgende ist die geht nicht weg ey wer stellt denn bitte eine waschmaschine auf der terrasse ist doch völlig bescheuert die vorbesitzer die vorbesitzer ja ja vorbesitzer huch so was haben wir denn hier alles ähm den können wir zerlegen mal hier in den Schrank ist was zum essen drin falls du Hunger hast du ich habe eine dose hundefutter eine dose erbsen ich habe zweimal schinkenspeck mit eiern na warte dann leg ich dir mal hier hundefutter rein dann hab ich getauscht ach so du kannst dich mal fragen oder was richtig ah ok na tinn was hast du noch eier hast du gesagt hast du was ich hab dir mal hier eier in die spüle gelegt da wo sie hingehört ne so ja ne ich habe schinkenspeck mit ei das äh mit bacon hier dings besser ja da kannst du die fernseher abbauen kriminelektronische teile und ich hab von ein teil kaputt geschlagen oh nein aber ich bin voll ich kann jetzt eh nix abbauen ok so geht glaube ich noch höher aber du kannst nix mehr tragen lohnt sich ja gar nicht mehr also machen wir uns auf dem rückweg oder was da kann ich ja oder wir machen draußen auf der straße eine kiste und markieren die auf der karte besser so die herren es geht ja noch höher hier alles voller bilder schläft hier jemand ich höre noch nix ich höre noch jetzt